im direkten zweikampf will sagen aus dem stand kaum auszuspielen die schwarz-blauen das 1 zu 0 kurz vor der pause technisch perfekt leicht aus dem stand dieser ball unhaltbar für korea vier minuten vor der pause ich hoffe dass sie das tor jetzt daheim in der zeitlupe sehen können 1 zu 0 der spielstand der hamburg hat nicht enttäuscht in diesen zweiten 45 minuten aber rolf russmann war in bundes ayres ganz einfach zu stark als dass er im rio spiel übergangen werden könnte das ist meine meinung hölzenbein müller trifft er die entscheidung fast mit dem schloss bett schon etwas über die reguläre zeit gespielt dieter müller im siebten spiel sein siebtes tor zwei kölner tore wenn sie so wollen zum 2 zu 0 es wird noch einmal angestoßen aber das ist die entscheidung hier im zweiten spiel der südamerika tournee es versöhnt vielleicht etwas mit manchem leerlauf was